Hallo, ich bin Tobias und ich entwickle die Mini-Engine, eine 2D-Engine, die beispielsweise einen Teil-Editor bietet. Hallo, ich bin Lukas, der Entwickler der Board Game Engine. Mit der Board Game Engine könnt ihr jedes suchbasierte Spiel entwickeln, das ihr wollt. Damit könnt ihr eure Lieblings-Brettspiele und neue Brettspiele-Ideen für den PC umsetzen. Hi, mein Name ist Nico und ich habe die Rungeon entwickelt, eine Game Engine für Laufspiele mit prozeduraler Generierung von Inhalten. Hi, ich bin David und ich entwickle die Strange Engine. Das ist eine auf Grafik fokussierte 3D-Engine, die unter anderem Raytracing-Techniken zur Darstellung von Spiegeln und Portalen verwendet. Hi, ich bin Andreas. Ich habe die Game Engine AI Engine entwickelt. Das ist eine 2D-Game Engine mit einem Editor und einem Modul für maschinelles Lernen. Hi, mein Name ist Samuel und ich entwickle die 3D-Game Engine Motion Engine. Mit Motion Engine kann man schnell Produktive bauen und die Remote als ein Produktiveis benutzen. Konzentrieren Konzentrieren